Jedes Jahr erhält der Fußball in Deutschland aus der aktiven Fanszene Impulse. Ob mit gesellschaftlichem, kulturellem, sozialem oder pädagogischem Hintergrund. Auch aus diesem Grund unterstützt die DFL auf verschiedenen Wegen die Umsetzung solcher Ideen und Projekte. Eine wichtige Rolle spielt dabei der von der DFL ins Leben gerufene Pool zur Förderung innovativer Fußball- und Fankultur, kurz Pfiff. Seit 2014 steht durch Pfiff eine Förderung für unterschiedliche Projekte zur Verfügung. Pro Saison profitieren im Durchschnitt 20 Initiativen. Im Mittelpunkt stehen dabei immer der Fußball, seine Fans und der Ansatz, Clubs, fanbezogene Organisationen und Initiativen für eine positive Fußball- und Fankultur zu vernetzen, um für mehr Vielfalt und Akzeptanz zu sorgen. Im Großen wie im Kleinen. Bis zu 3.000 Euro erhalten kleinere Aktivitäten oder Maßnahmen im Rahmen der Förderung. Größere Vorhaben werden mit bis zu 50.000 Euro unterstützt. Ein Projekt muss dafür mit einem der 36 Profi-Clubs verknüpft sein und zu den Pfiff-Förderzwecken passen. Zum Beispiel interkulturelle Begegnungen ermöglichen, zur Gewaltprävention beitragen oder Netzwerke schaffen. In der Vergangenheit zielten unterstützte Projekte beispielsweise darauf ab, Senioren zu Sport und Aktivitäten zu bewegen, Schutzkonzepte für Kinder und Jugendliche zu entwickeln, Fans verschiedener Clubs zu verknüpfen oder Frauen aus allen Fan-Clubs Deutschlands zusammenzubringen. Um von Pfiff profitieren zu können, sollten die Projekte eine innovative und eine nachhaltige Herangehensweise umfassen. Jeder Vorschlag sollte also etwas Neues entstehen lassen und zudem über die Pfiff-Förderung hinaus Bestand haben. Alle Förderkriterien und Antragsformulare lassen sich über das Pfiff-Online-Portal einsehen und ausfüllen. Bei der Ideenfindung und Antragstellung werden alle Interessenten von Mitarbeitenden der DFL und der Fachhochschule Potsdam beraten und unterstützt. Die Hochschule ist Kooperationspartnerin der DFL und prüft alle Anträge auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Beratend zur Seite stehen auch die Organisation ZDK, Gesellschaft Demokratische Kultur, mit ihrer Initiative Exit Deutschland und der Nationale Ausschuss Sport und Sicherheit, kurz NASS, der auf bundespolitischer Ebene aktiv ist. Damit macht es die DFL möglich, dass gute Ideen auch die entscheidenden Impulse zur Umsetzung erhalten und im Idealfall von einer Pfiff-Förderung profitieren. Das ist die DFL-Förderung, die DFL-Förderung profitieren.